Der etwas andere Absatz Award, galakom.tv unterwegs mit dem Filmbike, Ausrichter des Admiral Kino zu Nürnberg. So, dann haben wir gleich noch eine Modenschau vor, Tanja, ich sehe eh nicht mehr, aber ich weiß, du bist da. Auf jeden Fall, bevor wir zu unserer finalen Modenschau kommen, darf ich nochmal eine Infoskei gar nicht sagen, und dann bin ich lieber Tanja Vetteritsch, weil man schon wieder später ist los, ne? Nicht vergessen, aber fragt sie nur, Schreiber oben, machen wir noch ein bisschen Kals über Gute Laune. Remi Demi, genau. Ansonsten war das von Admiral Gleichschu, der erste Admiral Handel von Admiral Wimperler. Ich denke mal, Absatz, Award.